Mit diesem Gadget kannst du deine Nintendo Switch-Spiele in einem Toaster verstauen. Und das ist kein Witz, dieses Gadget ist wirklich ein kleiner Toaster, in das du Nintendo Switch-Spiele stecken kannst. Farblich passend zu der alten Nintendo Switch und auch zu der neuen OLED-Version. Es ist halt irgendwie ziemlich sinnlos, aber auch irgendwie ein bisschen cool.